Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Community Replay. Heute haben wir eine Runde vom Scooby-Doo 0815 mit dem amerikanischen Premium-Schlachtschiff auf Stufe 7 der Messe-Schoosets am Start. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, welche Module und Kapitänskillung er nutzt. Im ersten Slot nutzt er Sekundär-Batterie Mod 2, um einfach die Sekundär von der Reichweite etwas zu verbessern. Im zweiten Slot Schadensbegrenzungssystem Mod 2. Im dritten Slot hat er natürlich keine Auswahl. Und zu guter Letzt nutzt er noch den Artillerie-Plotterraum Mod 2. Und als Kapitän nutzt er den William Sims mit der Basisfähigkeit Langlebig. Und geskillt hat er einmal Flambierter, Kanonier, Rotierende Bohrer, Treffsicherheit, Streckenrekord in XXL als legendären Skill, Wille zum Wiederaufbau. Und bei den Inspirationen nutzt er Azulain, Scharnhorst und Andrew Cunningham. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind mit dem Scooby-Doo im Gefecht auf der Karte Land des Feuers. Das Sechser-Siebener-Gefecht hat er hier erwischt. Beinzerstörer, Zweikreuzer, fünf Schlachtschiffe in der Runde. Startet hier in der Mitte. Und dort wird direkt eine Iowa in der Mitte entdeckt. Macht hier auf jeden Fall die Drehung. Der Scooby-Doo hält hier extra sein Feuer, um dort die Breitseite besser zu erwischen. Und die erste Salve ist draußen. Schöner Treffer hier. Knapp 20.000. Leider keine Zitadelle dabei gewesen. Die Iowa dreht aber auch schon nach hinten raus. Und hier die befreundete Fiji legt hier Nebel. Ich weiß gar nicht. Sieht mir ein bisschen schnell aus, die Fiji. Ich weiß nicht, was der Nebel dort bezwecken soll. Ja. Dachte ich mir schon, dass die Fiji dort aus dem Nebel rausfährt. Wahrscheinlich wollte die Fiji hier wirklich für den Scooby-Doo ein Nebel da lassen. Das ist natürlich nicht optimal. Selbst wenn er ein Nebel bleiben würde, hätte er halt so eine schlechte Aufklärung beim Schießen im Nebel, dass es halt kaum was bringen würde. Das hätte die Fiji auf jeden Fall hier für sich selber besser nutzen können. Zweite Salve übrigens auch wieder sehr gut. Hier sind über 20.000 inklusive Zitadelle. Leider in der Mitte schon den eigenen Zerstörer verloren. Na, dreht die Iowa das dritte Mal Breitseite. Pusht hier auf jeden Fall auch schön nach vorne, der Scooby-Doo. Okay, dort ist eine North Carolina auch noch. Aber geht hier als erstes auf die Iowa in der Hoffnung, dass er diese hier rausnehmen kann. Taggero auf der anderen Seite Akatsuki rausgenommen. Ich habe leider nur 5.000 gemacht gegen die Iowa. Gichi hier auf jeden Fall auch sehr, sehr offensiv. Hoffen wir mal, dass er das Sonar dort hat für die Riesland. Vierter Versuch gegen die Iowa. Hier da ist die Friesland. Leider hat er gerade aufs Schlachtschiff geschossen. Daher kann er jetzt hier nicht supporten gegen den Zerstörer. Gichi scheint dort auch leider rauszugehen. Nicht unbedingt der beste Rundenstart. Muss man dazu sagen. Drei Schiffe schon verloren. Alle Zerstörer. Aber auf der anderen Seite. Bei A pusht eine Weimar. Und das ist natürlich nicht unbedingt die schlauste Idee. Reicht hier auch für den vernichtenden Schlag. Draußen ist die Weimar. Als Weimar sollte man natürlich, oder allgemein als Kreuzer, sollte man schon ein bisschen mehr Deckung nutzen. Und nicht einfach nach vorne fahren. Das hat bei Affici nicht funktioniert. Hat auch nicht bei der Weimar funktioniert. Und jetzt ist nur noch die Nelson alleine auf der A-Seite übrig. Schöner Treffer. Die Nelson hat natürlich eine sehr schwache Bugpanzerung. Dort kommt die Massa frontal durch. Richtig geiler Treffer hier auf jeden Fall gegen die Nelson. Hat jetzt ein Doppelbrand hier, der Scooby-Doo. Wartet hier aber noch ein bisschen. Und versucht hier nochmal frontal durch die Nelson durchzukommen. Gelingt es nochmal. Diesmal leider keine Zitadellen. Aber 5000. Immerhin, immerhin. Nutzt jetzt hier auch das Schadensbegrenzungsteam. Da die Nelson sowieso gerade anderweitig beschäftigt ist. Ja, macht die Nelson aber gut. Hat die Nelson extra drauf gewartet, dass er Schadensbegrenzungsteam nutzt. Aber ein permanenter Brand ist nicht ganz so übel. Besser wie zwei Brände runter ticken lassen. Von daher kommt der Scooby-Doo damit immer noch besser bei weg, als die zwei Feuer nicht zu löschen. Und auf jeden Fall schon viele Schiffe da draußen. Hälfte der Schiffe bereits eliminiert. Nach ein bisschen über 5 Minuten. So, hoffen wir mal, dass der Kreuzer das Arcap einnimmt. Sieht mir aber doch ein bisschen schnell aus. Komm, komm, brems runter. Nein, das gibt es ja nicht. Gerade punktemäßig wäre das Arcap jetzt sehr, sehr wichtig gewesen. Aber der Kreuzer ist einfach durchgefahren und der Scooby hier auch schon Richtung Mitte wieder ausgerichtet. Wo die North Carolina gerade pusht. Reitseite. Solider Treffer hier auf jeden Fall. Leider keine Zitadelle. Wichtig wäre aber auf jeden Fall jetzt der feindliche Zerstörer. Dieser rauszunehmen. Weil der feindliche Zerstörer hat hier auf jeden Fall enormen Einfluss. Auf Sieg oder Niederlage. Nächste Salve ist draußen gegen die North Carolina. Zitadelle gibt es. Auch die North Carolina hat ja nur eine, ich glaube, 26 Millimeter Bugpanzerung. Okay, die Friesland hat auf jeden Fall nicht mehr viel Leben und ist offen. Ist dort einfach ein Nebel drin geblieben. Sollte dort hoffentlich rausnehmen. Rausgehen, nicht rausnehmen. Sehr schön, gut gemacht von der King George. Wichtiger Kill. Auch wenn die Runde auf jeden Fall schon besser aussehen könnte. Gerade bei A hätte der Kreuzer einfach nochmal den Punkt einnehmen können. Aber gut. Da ist noch eine feindliche Ehova. Und das nächste Schlachtschiff noch eine Gneisenau. Mittlerweile sieht sie auf jeden Fall richtig gut hier aus. Für das Team vom Scooby-Doo. Ist hier auch schon ein Kill vor der Krake. Und genehmigt sich jetzt hier das B-Cup. Das ist natürlich wichtig, was die Punkte angeht. Gleichzeitig schießt er hier wieder auf die Gneisenau. Schöner Treffer hier. Zitadelle gegen den Gneisenau ist natürlich äußerst schwierig. Durch die Pflanzerung. Turtleback dort. Daher 14.000 auf jeden Fall ein sehr guter Treffer. Und gleichzeitig resettet er hier auch das C-Cap. Warte jetzt aber, dass die Ihova dort um die Ecke kommt. Uh, das könnte wehtun. Ihova Breitseite ist natürlich nie eine gute Idee. Da kommt er auf jeden Fall auch schon rum. Salve ist draußen. Und 21.000 hier. Leider keine Zitadelle, weil die Ihova doch ein bisschen angewinkelt war. Da kommt auch die Retourkutsche. Das hat er auf jeden Fall gut gescheppert. 20.000 hat er dort auch wahrscheinlich um den Dreh kassiert. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Sekundär schießt jetzt hier aber auch ein bisschen. Macht natürlich nicht ultra viel Schaden. Außer er hat vielleicht Glück und kriegt hier einen Brand. Aber die Hop-Batterie ist eh schon nachgeladen. Sollte hier reichen. Reichen und es reicht auch. Holt sie sich damit den fünften Kill hier. Die Krake. Und hat auch gleichzeitig die 200.000 Schaden geknackt. Und es sind noch zwei Schiffe übrig. Da geht auf jeden Fall noch ein wenig mehr, würde ich sagen. Hat hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gut seine Verbrauchsmaterialien eingesetzt. Der Scooby-Doo. Sein Schadensbegrenzungsteam. Nicht immer bei jedem Brand sofort nutzen, sondern abwarten. Wie entwickelt sich das? Kriege ich noch mehr Brände? Auch die Reparaturmannschaften. Schön gewartet. So, da haben wir noch den feindlichen Kreuzer. Winkelt hier aber schon an. Wartet hier so ein bisschen für die Drehung. Schöner Treffer hier auf jeden Fall. 16.000 frontal. Kann man sich nicht beschweren. Und der Scooby-Doo macht das jetzt hier auf jeden Fall auch richtig. Weil eine Gneisenaar ist natürlich sehr gefährlich im Nahkampf. Dementsprechend versucht ihr hier einfach die Reichweite zu halten zu Gneisenaar. Dass die Torpedos hier kein Thema werden. Nutzt seine letzte Heilung. Schöner Treffer hier. 17.000 gegen die Gneisenaar. Jetzt ein bisschen hoffen, dass die Widgeter hier nicht unbedingt direkt ein, zwei Brände macht. Weil das Schadensbegrenzungsteam natürlich nicht einsatzbereit ist. Aber sieht so aus, als wenn der Kreuzer nicht unbedingt das Feuerglück hat. Und die Gneisenaar wurde mittlerweile auch vom Team rausgenommen. Kreuzer fährt hier auch rückwärts. Deswegen logischerweise zählt er hinter das Schiff. Und nochmal einen sehr starken Treffer hier. Die 406mm Geschütze der Amerikaner, die hauen natürlich richtig rein. Hat auch dort permanent einen Turm zerstört. Mit mehr oder weniger zwei Seifen. Jetzt kommt der Brand. Bisschen zu spät für die Widgeter. Nächste Salve ist nachgeladen. Und in der Luft reicht es vielleicht sogar für den Kill hier schon. Passt. Richtig schöner Treffer nochmal. 14.000. Die Frage ist halt, schafft er es hier nochmal zu schießen? Oder ist sein eigenes Team schneller? Die Runde ist natürlich schon längst entschieden. Kann er sich hier noch den sechsten Kill genehmigen? 168.000 Schaden ist natürlich auch sehr, sehr stark. Aber die Scharnhorst war schneller. Und die Runde ist gewonnen. Bei 168.000 Schaden wurden es am Ende mit 89 Zieltreffern ein Flugzeug abgeschossen. Drei Ausfälle, fünf Schiffe zerstört, sieben Zitadellen, viermal das Cap verteidigt, ein Solo Cap geholt. Der Kreuzer hätte es dort auch nochmal ein bisschen leichter machen können, was die Punkte angeht. Wollte aber das A-Cap nicht einnehmen. 52 Sekundärtreffer noch oben drauf. Allerdings, ja, die Sekundär hat in der Runde wahrscheinlich kaum Schaden gemacht. Das war wirklich hier nur die Hopp-Batterie. Und dann gab es hier noch einige Medaillen. Feuerfest, Unterstützer, Dreadnought, Vernicht nach Schlag gegen die Weimar, Brustkaliber und Krake freigelassen. Bauen uns hier natürlich auch das Teamergebnis an. 3.700 Basis-EP hier mit der Massa. Richtig, richtig starke Runde hier auf jeden Fall. Das Team war okay. Ich sag mal, keiner hat wirklich richtig schlecht gespielt. Keiner hat aber, bis auf den Scooby, auch im eigenen Team überzeugt. Daher auf jeden Fall in Ordnung. Und im Gegnerteam, die Friesland, auf jeden Fall bester Gegner, hat allerdings dort ein bisschen den Fehler gemacht. Die Friesland hatte dort durchaus die Lage, das Ganze nochmal ein bisschen spannender zu veranstalten. Wäre die Friesland so ein bisschen mehr auf die Caps gegangen, hat dort sich ein bisschen zu viel auf den Nebel verlassen. Wurde dann dort auch aus dem Nebel rausgepusht und dann war das Gefecht halt schnell entschieden. So Leute, das soll es auch soweit mit dem Community-Replay vom Scooby-Doo 0815 gewesen sein. Richtig schöne Runde hier mit der Massa. Fast 270.000 Schaden im 6er, 7er Gefecht. Das ist natürlich ordentlich. Hatte dort natürlich auch sehr schöne Ziele, muss man dazu sagen. Aber das gehört natürlich auch dazu. Und ja, ich hoffe, euch hat das Community-Replay gefallen. Auch wenn leider die Video-Qualität nicht unbedingt die beste war. Das weiß ich. Das ist natürlich immer so ein kleines Problem bei diesen Community-Replays. Ich kann natürlich auch nur die Qualität, die ich quasi kriege, dort halt als Video umwandeln. Und ja, das Gefecht war doch schon relativ verpixelt. Entschuldigung dafür. Aber dadurch, dass es halt im Spiel keine richtige Replay-Funktion gibt, habe ich dort auch leider keine andere Möglichkeiten, als die Video-Qualität quasi zu übernehmen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.